Willkommen Tschüss Das ist eine ungefähre Durchschnittszuschauerzahl Dauer Oh nein, au Hallo So was hasse ich ja wie die Pest, ne Wenn die nur Dauer, äh, die sind Dauer So eine Dauer Ist ja auch scheißegal Stirb Soll ich nicht die Säule, was soll ich da machen Versink im Stein Ich hab doch Ich hab aus Oh man, wo rennst du hin Ich sag dir, bleib doch stehen hier Wir haben so Siegel ab, die musst du einsammeln Und dann beim Herz abgeben Dann fürs Ohren Von mir schmeißen sie eigentlich nur Zeuchen Achso, die Dinge Äh Was ich nicht, hab ich das eingesammelt? Oh, anscheinend ja Äh, wo gibt's denn Weiß man schon wo, ach, ne ne, diesmal will ich es nicht wissen Ich komm jetzt auch noch ne Säule Muss man dafür dieses Hochspringen bei den Hüpfer haben? Oder reicht das noch? Ich glaub der normale Reichtor für den extra hohen brauchst Weil den hab ich noch nicht Äh, normale, normale könnte eventuell reichen Und drauf an wie hoch er springt Wenn er einen halben, einen halben großen hält, dann, jo Mann, bist du hässlich Alter Glück, misst du hier Fuck Welcher ist hier gelandet? Wollte ich gar nicht hin Ach, ich mach dem mal platt Zeit, echten Schaden anzurichten Sterben ist doch dein täglich Brot, wenn er das wüsste Ihr seid diese Glyphen nicht wert, zweiarmiges Wesen Schmerz für Schmerz Wenn Helden Glyphen Produzieren Nennt man die dann Hieroglyphen Wann Verzeihung Hättet ihr kurz Zeit? Braucht er ewig, ja So Ich haute diese Glyphen seit eh Ich haute diese Glyphen seit eh Schmerz für Schmerz Wut Wir müssen nicht erwarten meine Herausforderung zu schaffen, wenn euer Verstand Da ist mein Chin, da hab ich schon gesucht Spielt ja verstecken Oh, zu spät gezündet Ja toll Und vom Hai gefressen Danke Das arme Reit hier ey Kommt erst zu spät raus und wird dann noch von nem Riesenhai abgefressen Ich glaub's nicht Du scheiß Wichsviech Spürt meinen Zahn Genau Schmerz für Schmerz Das auch Ich höre Ich höre Ärzt Gch Jan J Jan 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Toll, tolle Falle Krass, schön Man kann ihn, wenn die unter der Erde sind, unterbrechen Das ist ja geil Hör auf zu cheaten Wo bist du? Dumme Scheiße Kommt ein Hai raus, verschwindet in die Erde Dann will ich ihn schlagen Er hat nur noch einen Lebenspunkt quasi Kommt wieder raus und ist einfach weg Disappiert Go, was hat der zu bieten hier? Gabe des Flusslandes, okay Ich hab gerade nichts verstanden Wo hier so ein Asura meint, der müsste in einer sehr hohen Stimme reden Was hattest du gerade? Das ist doppelt gemoppelt Weg und disappiert Jo, warum nicht? Dann geht es, dass ihr diese Glüfen gefunden habt In der Wüste findet man nur selten Hilfe Eure Unterstützung hat meine Forschungsarbeit mindestens so ein paar Wochen vorangebracht Vielleicht solltet ihr die Karriere als Laborgehilfe in den Vollzeiterwägung ziehen Ihr seid gewiss eine große Hilfe Wenn meine Theorien zutreffend sein sollten Nein, streicht das Liegt der Schlüssel zur ewigen Alchemie in der Freischaltung des Aufstiegs Doch genug geplabbert, wenn man das von einem Brief behaupten kann Ich habe Glüfen zu entschlüsseln Soon So, woher nun? Geradeaus durch So, von Tuffel runter zu Ravi Nicht Ravi, Ravi Gott, was ist denn hier unten los? Irgendwer hat hier Fels der Weissagung entdeckt Ich nicht Das hat aber auch super gepasst Na komm, hüpf da hoch Scheiße, nein Vergrauen, weißt du, wo es zu Neutuffel geht? Bin ich hier richtig? Immer gewünscht Wohin geht? Wo es zu Neutuffel geht? Neutuffel? Das ist da weiter südlich Okay Also auf dem Weg bin ich dann Wenn ich einfach geradeaus gehe Ha 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 Kann der A-E mal weg? Ich habe Org der Macht entdeckt Das war ja merkwürdig Hast du den Sprung gesehen? Spürt meinen Zahn Der Weib Ne Ja, du bist das, genau Ich dachte, du wärst grauen Ja Hast du das gesehen? Der war doch bei dir Der war auf einmal weg Und ich bin Ich habe in dem Moment den Sprung gezündet Und war Schon auf den einen Halben Weg woanders Das war mir Ist der gesprungen Hm Gebranntmarkte Salate Au Au Oh man Muss jetzt rechts da was aufgehen Ich hoffe, ich komme durch Hallo Bring mich nicht um hier Mann, wie lange gebraucht er denn zu wiederbeleben hier Ich kann auch mal das Reichtier verwenden Das wäre, glaube ich, mal sinnvoller Klatsch Ich habe übrigens nicht die Auflösung vergessen, was ich meinte, ne? Boah, das dauert ja ein bisschen lange mit diesen Herzen hier Wird doch bestimmt nur mit dem gespeist, ne? Zeit, echten Schaden anzurichten Kann man auch einen falschen Schaden anrichten? Zeit, falschen Schaden anzurichten Hey Nicht Pause machen hier Uh Schmerz für Schmerz Wie gesagt, ein Tipp bei dem Quiz, was ich schon vor einigen Folgen erwähnt hatte Ne, was ich für ein Stream jetzt erwähnt hatte Und was ich am Ende auch hier nochmal sagen werde Ist, äh Ihr seht, dass die ganze Ah, das Herz ist durch Cool Ihr seht das Herz Ihr seht das Herz, ja Ihr seht das die ganze Zeit So Die Legende von Davun Davun Danke, dass ihr für die Jünger kämpft Ohne eure Hilfe würde meine Reise länger dauern Und ich bin nicht gerade eine geduldige Person Meine Bemühungen scheinen eine niemals endende Anstrengung zu sein Jedes Mal, wenn wir einen Vergessenden töten tauchen zwei neue auf. Die sind dann nicht vergessen. Doch jetzt bin ich einen Schritt näher am Ziel, wenn es mir gelingt. Den Fels der Weisagung zu bezwingen, wird meine Legende jetzt aufstiegswürdig sein. Die Skalden werden sich an den Namen Davnüvn erinnern. Oh, hat die auch noch was zu sagen. Wann ist die groß? Wisst ihr da was? Tut mir leid. Ich bin gerade erst angekommen, also weiß ich überhaupt nicht, wovon ihr da redet. Klingen tut es allerdings interessant. Viel Glück. Ich bin da oben, den, ähm... Sorry, ich habe gerade... Der ist ein bisschen schwer, aber komm, ich bin jetzt mit den Halbknochen. Warte mal. Danke. Bitte. Wo bist denn du überhaupt? Den meine ich bei euch. Was meinst du damit? Das, äh... Ich musste dich gerade, äh... Musste mich gerade verschieben. Was war das? Wenn du den... Oder... Wenn ihr den machen wollt, der Gegner ist da ein bisschen schwer. Ich bin da in der Vergangenheit immer gestorben, weil ich den alleine versuchst habe. Oh ja. Können wir auf jeden Fall machen. Ne, ne, neuen Gleitschirm habe ich nicht und den Rücken auch nicht. Die sind nur umgefärbt. So, das Hetz ist durch. Sollen wir das denn jetzt machen da oben, oder? Also ich komm, ich probar. Du pumpst Zeug rüber? Ich komm zu euch rüber. Okay. Weil ich wollte nämlich gerade sagen... Aber ich kann auch Zeug rüber... Was soll ich denn rüber pumpen? Okay. Ne, verarschen tue ich euch nicht bei den Quiz. Obwohl die Idee gar nicht so schlecht ist. Das ist wirklich so offensichtlich eigentlich. Das kann man nicht übersehen. Okay. Dann begeben wir uns nach Norden. Wenn ich noch weiter... Noch mehr Tipps gibt, dann... Dann haben wir hier diese blöde Hydra wegmachen. Klar. Wenn du... Pass auf. Wenn du einen Kopf abschlägst, wachsen zwei neu nach. Ne, die zappeln nur. Schmerz für Schmerz. Ja gut, die kriegen wir platt. Äh, okay. Aufpassen. Da sind noch Hygiene. Krass. Ich kann tatsächlich... Äh... Was abschlagen. So, ich muss euch glaube ich eben... Ähm... Total machen. Dann könnt ihr hier mit durch. Ach ja, haben wir eine Schakal. Na genau. Den haben wir ja noch nicht. Ja, cool. Einen Punkt mehr auf der Liste. Da habe ich ja schon wie viel? Sieben, acht? Neun habe ich schon. Das heißt, das ist der zehnte. Schön. Dann kann ich ja den nächsten fast komplett durchskillen. Je mehr ich von den Punkten kriege, desto besser. Aber wir sollten da hin. Mario, geh mal schon mal vor. Scheiße, mein Portal funktioniert nicht. Was, echt? Ich bin zu weit weg von euch. Scheiße. Das ist ja doof. Ne, mach nicht. Kannst du nicht da oben, wo du gerade bist? Aber ne, warte, bitte mal. Wollen wir das springen? Ne, ne, warte mal. Grauen, bleib doch da stehen. Bist du da noch? Ich bin in der Höhle. Achso, ja, du kannst ja mit deinem Portalgerät. Natürlich. Wahrscheinlich komme ich nicht mehr zurück, ne? Oh. Ich komme dann her und, äh, was ist? Kampf. Schmerz, Leid, Tod. Ich spüre ihn. Weil hier müssen wir jetzt zum Gegner. Gottlose Sandfälle entdeckt. Alter, das Vieh ist irgendwie stark, oder? Der Angriff ist ganz schön geblockt worden. Neue Frisur ist es nicht. Schmerz für Schmerz. Ha, lebe wir. Die Geister, die ich rief, sind dort, weil ich schlief. Äh, naja, geht weiter, Grauen. Problem ist, wenn wir den ansprechen, kommt ein Bossgegner und die Kleinen sporen wieder. Zeit echt? Ich blute. Und jetzt bin ich wieder dabei. Und das haben wir in der Verleihung auch immer fertig gemacht. Jetzt bin ich wieder dabei. Äh, lass mir kurz Leben ziehen. Okay. Passt. Achso, äh, ja. Uh. Ja. Der kann Schaden austeilen. Aber zu zweit hielt ich nur alleine zu schliefen. Hm, na, stimmt. Oh, verdammt. Mago, Mago. Mago, Mago, Mago. Langsam, dann kamen die anderen schon wieder und die haben einen dann fertig gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall einsetzen. nicht mal eine höhle cool neues zeug die eine ohrung schafft als sammelt sich ja fast von alleine hier ach du bist oben über uns ja wir sind immer höhle ich dachte das wäre ein eingang oder so und den kriegen wir hier auf der karte oder habe ich das falsch verstanden ja richtig wie schnell kommt ihr denn hier nach alex hat die lösung was war's denn wo bist du oder mal ich zeig dir das mal so ich fühle es hätte ich man fast wieder rausgeschafft siehst du hast du hast alles eingetauscht achso ich komme ja nicht mehr raus ne gegner spawnen hier schon ich muss hier schnell weg scheiße scheiße aua das muss ich auch noch kämpfen zeit echten machen wir das jetzt mal das war tatsächlich einfacher zu bekommen als man denkt also alle materialien die ich dafür brauchte hatte ich bereits ja gott wollte den jüngern des aufstiegs helfen wir könnten ein paar hände wie eure gebrauchen vielleicht später im moment brauche ich informationen ich durchsuche die flusslande nach einem ort von besonderer bedeutung möglicherweise hat er etwas mit flast zu tun erinnert euch das an etwas ich weiß nur dass er von hier stammt aber das ist eigentlich auch schon alles das ist alles was ich weiß ich bin neu hier das ist kein problem ich auch wisst ihr wenn ich es recht bedenke jünger adisa weiß mehr über flast als wir alle so danke fürs zusehen du 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 du